So, irgendwie habe ich das Gefühl, der Wagen bewegt sich. Weil jedes Mal steht er nicht da, wo der Baum ist. Ist weniger rauchen, mein Freund. Oder rauchen, alles klar. Da bewegt sich alles. Eine Möwe. Ich habe keine Ausdauer. Du hast nie Ausdauer. Irgendwie nicht. Sagen wir mal halt Stücke. Da. 11 von Labatsches. Ja, das tut mir leid. Man. Mein Kaffee ist leer. Ich hänge irgendwo fest. Geil. Hallo. 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 Irgendwann muss die Energie, die aber immer... Hallo, was ist jetzt los? What the fuck? Die schreien. Was ist jetzt los? Die schreien. Dürfen die nicht. Der Fagen hat sich gerade so komisch bewegt. Das ist okay. Wum, 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 wum. Als ob er Probleme hat. Als ob er Motor Probleme hat oder sowas. Das kann nicht gut. Oh, oh. So, ich bring den Wagen noch bis hoch und dann bin ich weg. Okay. Okay. Ach ja, und was ich schon mitbekommen habe, was ich so herausbekommen habe. Hä, wieso steht hier anzünden? Ich will das doch nicht anzünden. Das ist unser Haus. Bin ich. Was will anzünden? Stimmt, da vorne kommt. Hier, ich habe hier ein Symbol. Ich habe hier ein Symbol für anzünden. Warte. Loll, das ist ein Feuer? Ach, Niko. Was? Ja gut, tue ich es halt da rein. Ach ja, speichern wäre vielleicht ganz schlecht. Haben wir gar nicht gespeichert. Warum gehen wir jetzt weg? Wir können doch hier einfach ein kleines Zelt hinbauen. Das wäre zu einfach. Ich würde sagen, so ein... Patty, hast du noch ein Stick zufällig? Mann. Ich habe zehn Sticks. Ja, mach du. Okay. Wolltest du auf eine zurück? Dann baue ich auf eine zurück. Dann baue ich jetzt ein kleines Zelt hin zum Speichern. Aber nur zum Speichern. Fuck. Bonn und Pastix. Äh. Wie viele? Nein. Acht. Also, äh... Ich könnte eigentlich noch. Acht, okay. Wenn Niko zehn hat, geht das genau auf. Dann hat er noch ein übrig. Also, komm her. Nö. Doch. Bin jetzt hier unten. Äh, schön, Video. Demokratie, die mehr Zeuge sind. Äh, die mehr hat. Warum haben wir hier zwei Feuer? Ich glaube, das ist eine keine Ahnung. Werden das, was sie gemacht. Wie? Was? Einfach drauf bauen. Hallo. Hallo. Tschüss. Geht das? Warte mal. Bis. 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 Halt die Sticks! Guck, jetzt ist meine maximale Ausdauer sicherlich schon um ein Viertel gesunken. Jetzt? Ja. Ein paar Meter... Bitte was? Ein paar Meter wo du gesprintet hast. Ne, ne, ne. Ne, seitdem wir das Holz abgebaut haben. Okay. So, erstmal schnell speichern. Moment, ich speichere auch. Und schlafen. Alter Discord. Halt, wir wollten Sticks mitnehmen Paddy. Ich wollte nur testen. Ob du noch weißt, was wir wollten. Ja, ja, natürlich. Guck mal, da vorne ist sogar schon Bom nachgewachsen. Cool. Guck mal. Wolltest du noch mit G, ne? Nein, nicht mit G. Okay. Kann man noch... Ach stimmt, man konnte es... Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. So. Warum höre ich dich ingame? Dass man ingame auch reden kann. Was? Sag mal, bin ich los, dass du es nicht gewusst hast. Bitte. Nö. Woher denn? Wann? Warum soll man sowas wissen? Ach, nicht. Ich denke schon auf 4. Okay. Okay. Für was braucht man dieses Tree Trap? Tree... Tree Sepp meinst du? Ähm... Z.B. Nein, Tree... Doch, Tree Sepp, ja. Zum Beispiel, wenn du ausfüßt dir irgendwie ein Haus so was anschlägt, gerade zu sozusagen sammeln und reparieren. Okay. Paddy, nimmst du zwei Logs mit? Ähm... Ja, sofort. Ähm... Ne, schlechte Idee. Schlechte Idee. Das sind drei Menschen vor uns. Pass auf. Pass auf. Oh, mit Schätzlein. Auf geht's. Warum rennen die jetzt weg von uns? Weil wir auf die zwei zurenden. Hä? Häh! Häh! Also, komm. WTF? Alter, voll in die Musch. Wie das aussieht bei mir! Du bist auch Fist, Mann! Ne, wir haben herausgefunden, wenn ich block und du gehst drauf, dann macht die nichts. Das dauert oft an, die kann sich nicht dagegen wehren. Der Speer kannst du am schnellsten angreifen. Ah. Ich will keinen Stein aufnehmen. Ich will keinen Stein aufnehmen! Äh... Äh... Ne, das ist schon Schweden. Ich hab jetzt zweimal in die Cam geschaut und meine Fahre falsch... Äh... Äh... Meine Haare sind schrumm wieder richtig hingemacht. Ich hab jetzt zweimal auf einmal oben. Deine Haare! Ich müsste meine Kamera spücheln, dann will ich's richtig sehen bei mir. Nein, 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 der macht einen Lokadabgang! Äh... 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 Was ist los mit mir? Äh... Was ist los mit mir? Da wollten Lokadabgang machen. Äh... Okay, diese Geschrei hat gerade nicht gut getan. Das hat sich auch schon mal angehört. Warte mal, dann machen wir das Haus auch noch gleich drin. Wer hat seinen Wagen mit den... Also das ist meine. Hey, Juli! Ah, das ist so schrecklich! Dum 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 dum... Ja dum 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 dum... Ich dum dum... Guck mal, da passt sogar noch ein Lokholder hin. Nein, nein. Ich hab nix Fleisch mehr, wo zum Hinhängen. Aber ich hab Hunger. Hat sie mittlerweile geregnet? Äh... Scheiße. Ich hab durch die Durst. Ja, warte. Mal hier noch ein Fenster. Wie? Es wird aus dem Fenster. Und hier noch ein Fenster. Ja, vor allem nach vorne mit dem Ausblick. Wie sind die vorne mit dem Ausblick? Also, wo kommen die Tür hin? Das ist die Tür. Mal hier hin. Die Fenster. Ja, ja. Aufs Meer halt. Mach ich überall mal Fenster hin. Das wird so sein Wohnzimmer. 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 Ja, irgendwie so. Äh, merke ich schon. Komm her. Ein DSD. Trink mir alle geholt. Jetzt mal schieb. Nein, nicht das falsche Feuer. Machen wir auf. Feuern gemacht. Nein, klar muss das nicht kaputt machen. Das geht nicht kaputt. Geht das hier kaputt? Auch nicht. Warum geht die Feuer nicht mehr kaputt? Egal. Komm mal nix rein. Ich muss nicht über entscheiden, welches gehts. Oh. Warte. Achso, warte. Hä? Was war der, hä? Das ist auch so ein Symbol mit irgendeinem, irgendeinem Achsen, die ist durchgestrichen. Muss ich das doch jetzt in die Hand nehmen, oder was? Ne. Ah, ups. Wo kann ich eigentlich die ganze Knochen mal... Wie würde? Wo kann ich... Was ist jetzt los? Da ist ein Lock? Ne, halt. Das ist verbaut. Was? 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 Was ist das, Alter? Ah, jetzt. Meine Scheiße. Oh, was ist der Schokoriegel? Ne, 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 ne. Ich hab Schokoriegel dabei?! Ich hab acht Schokoriegel dabei. Ich hab acht Schokoriegel dabei. Wollen wir noch was zu essen? Oh, ich könnte mir ja Rüstung machen, hab ich grad gesehen. Für was braucht man Coins? Ähm, brauchst du für Dynamit. Okay. Okay. Ich kann mein Backpack... Craften. Okay. Warte mal genau, ich will nochmal kurz schauen. Stickback, genau. Die würde jetzt mal von... Ich hab meine Pusticks. No. Ich hab ein Rope. Das ist gut. Ja, du kannst... Mach kannst du... Bum! Kannst du zum Beispiel eine Stickback machen. Ha. Und ja, klack euch den für den Stack, für den Stackback wahrscheinlich, oder? Das war euch nicht. Das war euch nicht. Alter, der Ausblick ist ja mega. Kann man das Ding immer noch erweitern? Die Plattform? Äh, wie nachhinein weiß ich gerade eben. Ich glaube, vielleicht eventuell, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel hier ein Ding haben willst, wir können ja mal rein provisorisch mal, äh, weiß nicht, hier eine Tür reinpflanzen. Wir können ja ausruhen, ob wir sagen, wir eine Terrasse daraus bauen können. Mhm. Das sehen wir ja dann. So, dann hab ich auf die Tür da geworsten. Dann auf geht's, tschüss. Willst du weiter? Ja. Wood brauchen wir noch. Wir brauchen hier noch Woodlocks. 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 Und Sticks brauchen wir auch noch. Oh, keine Ausdauer. Oh, da oben sind... Okay, tschüss. Hier, da ist wieder... Alter, wadafuck, was macht dieses Teil? Ich frage jetzt, was machst du? Hallo, lass los. Lass los? Ja. Wadafuck. Scheiße. Boah, das ist ein mega fetter Baum. Dann fällt ihn. Ich hab grad auf der einen Seite meine Axt reingeschlagen, auf der anderen Seite hat sich das Holz gelöst. Nein, kann man eigentlich durch springen, die Fallrichtung durch einflussen. Wenn man springt. Ja, wenn man gegen diesen Baum springt. Nein, ich glaub nicht. Okay. Ach, da oben. Fall schneller. oh Wenn, weißt, wenn neben dem Baumstamm ein Stein liegt und du fragst dich, warum lässt dir jetzt gerade ein Stein fallen? Der Depp. Ich hab grad hinter dir ist einer, was bist du, du? Wenn er so rumspringt. Ich brauch ein Dirsti. Hier, Fluss trinken. Moment. Ich muss erst fällen. Arbeit machen. Mach ja, mach. Ich muss noch ein paar Fischis noch schnell fangen. Wo bei dir da? Okay, ich komme. Ah, ach so, ist das ein See? Oh, da liegt ein Toter. Eine. Ja, Juli! Ich häng mich ein bisschen fest. Was ist jetzt? Ich komme hier an einem Wagen nicht vorbei. Der hat gerade, uh, 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 gemacht. Hallo! Warum kriege ich denn Schaden? ist so lustig ist bis zu den lieben Gäste zu den Körnern die Welt fisch nein kein Fisch Jürgen Fisch die Tiefel mit einem komische die Tiefel Fischig Okay, ich bin voll mitwischen. Quack, quack. Du bist irgendwie leiser geworden. Du bist die Mikrofone weg. Weil du ein bisschen vom Mikrofon weg warst. Oh shit. Wir haben letztes Mal so eine... Wir haben letztes Mal so eine... Ich nenne es jetzt mal so eine Schutzmauer gebaut. Und da haben wir keine Tür reingekriegt. Okay. Weißt du wie? Muss ich später schauen. Machst du Sticks dabei? Ja. Oh scheiße. Das sind beide unvollendet. Scheiß. Warum haust du jetzt ab? Weil hier ist so ein Dings schon wieder rumstand. Was mir gerade auffällt, wir müssen beim anderen Haus noch ein Dach hin machen. Das ist wichtig. Das sieht besser aus. Ja. Das braucht auch noch mal richtig viele Loks, denke ich mal. Kommt an, wie hoch wir es da haben wollen. Wo bist du jetzt hin denn raus? Kann man auch einen zweiten Stock hin bauen? Könnten wir natürlich machen, ja. Wirst du jetzt einen zweiten Stock hin haben? Hm? Wirst du jetzt einen zweiten Stock hin haben? Na da... Ja. Sind wir einen Stein hier drin? Ja. Das ist nochmal nix. B$ Ich bin echt falsch. Ich treff mich selber, ich treffe mich selber. Es war, das ist echt glücklich wie ein Flummi. Das ist völlig sicher. Was? W Ist dann fliegt einfach wie ein Flummi? Ich bin drunter gesprungen. und ist ja gewandt in der Konzert zum zweiten Teil wir haben 850 Loks und wir waren unsere Locke und das sind wir hast du noch Sticks Prozent wir müssen sich auch noch und je Ehe nun muss uns noch ein paar Mal auf der Grunde ja ich denke mal welchen werden mal jetzt mal wo wir so richtig viele wo wir und vier Leute waren da ging das richtig schnell weil letztes Mal haben zwei immer gefällt und Prozent zwei haben halt immer geboten krass mit acht leuten spielst bis zu drei fällen zwei fahren die anderen und zwar sehr lässt nur zwei fällen eine sagen das ist so was im blick ist das ist so lustig dass wir das mit Sandro gespielt haben der hat sich immer vollgaser schrecklich der musste sich den Tod ausmachen weil sie sich von den Viechern erschrocken wird und ich höre die gar nicht und ich höre die gar nicht